Olambrez, mamo Gemma for all the merble espanol, nicht so guto, como i estas? Ja, heute leider mal ohne Intro, aber ich habe blöderweise auch gar nicht viel Zeit, irgendwas zu machen. Ich wollte gestern eigentlich was machen, da hat sich dann aber mein OBS nur um die 5000 mal verabschiedet. Deshalb gibt es jetzt eine Lille-Runde Stickfight. So, mein Gegner sweated sein Bett, glaube ich, ein bisschen zu sehr ein. Das ist, glaube ich, dein Problem, aber egal, besser für mich. Das Video wird jetzt auch nicht lange sein, also es tut mir halt leid. Ich wollte eigentlich was machen, aber... Oh, nicht mit der Kompetenzmüter, ich spielte weh, baby, nice. Auf jeden Fall, also ich wollte eigentlich, wollte ich was machen, aber... Also irgendwas Cut-Hit machen, aber ich hatte dann halt einfach gar keine Zeit und... Alter, schade, dass wer sick gewesen hätte, ich den Air-Hit noch bekommen. Ich spiel gerade auch mit einem Kopfhörer, das heißt, es kann sein, dass die Musik sich mit ihm leise doppelt. Jo, der Air-Hit sah für mich dezent unlegit aus von mir, aber okay. Ich muss sagen, ich mag... Ich überlege auch, ob ich mal mehr BW auf Nerox-Face bringen soll. Ich finde, Nerox-Face ist eigentlich ein ziemlich cooler Server. Aber, ähm... Gut, ich glaube, niemand würde den heute kennen hätte bei Quadrix, den ich damals... Also inzwischen promotet er den auch noch, krass, aber... Die Zeit, wo der wirklich richtig krass promotet wurde von bei Quadrix, die Zeiten sind, glaube ich, schon ein bisschen vorbei. Nice und... Ja, gut, ich sollte das Bett jetzt kriegen. Nice! Perfekt, die Runde ist schon vorbei. Ich habe 84 Punkte bekommen. Ich glaube, wir starten noch eine neue Runde. Hä, 3-0? Habe ich den schon dreimal bekommen? Also ich würde mal sagen, wir starten noch eine neue Runde, einfach ganz kurz. Dann wird die im Zweifel dann doch ein bisschen länger, die Aufnahme. Und by the way, ich mache mich mal lauter. Seit wann bin ich so leise? Hä? Ich verstehe es halt echt nicht. Wenn da jetzt nicht mein... Doch, da ist mein Rode-Internance-A drin. Egal. Oh, mein Gegner ist motiviert, noch sein Vater. Okay. Hä? Als ob die Runde... Hä, bis zwei? Hä? Bin ich jetzt behindert? Wieso hatte der zwei? Okay, dann noch eine letzte Runde und jetzt versuche ich mal... Ich kann nicht mehr so gut abusen, wie ich es mal konnte auf der Cone. Und deshalb muss ich jetzt mit Butterfly dabei so reducen. Ja, gut. GG. Das heißt GL, du Spaß. Aber okay. Wir wollen mal nicht so unfreundlich sein. So, ich mache jetzt noch mal ganz kurz die Musik ein kleines bisschen leiser. Ja, wahrscheinlich kriegt der so einen Hit, oder wie? Ja, gut. Jetzt muss ich sweaten. Und okay, der hat auch keinen... Pluck MLG geschafft. So, und... Ja, das ist... Das konnte ich früher sogar richtig gut mal... Immer so einen seitlichen... Äh, so... Zur Seite hochspringen. Und dann so einen Hit geben. Das kann ich jetzt gar nicht mehr so gut. Und perfekt. Ich laufe runter. Habe ich mir auch so gedacht. So und nicht anders. Ja, ey, seine Hits sind halt so hart unleashed. Also, ich weiß nicht, ob der hackt, ob das Invis oder so ist, oder so. Aber seine Hacks, die sind so dermaßen unleashed. Aber, okay. Ja, wahrscheinlich kriegt der mich dann, oder wie? Oh, wird der jetzt nicht runtergefallen? Und... Ja, komm, sein Knockback ist halt... Alter, ohne Witz. Okay, wenigstens geblocksafed. Oh, Mist, DNA spielt. BW 8x1. Thanks for boosting. So. Die Runde wird lang. Ich sehe es kommen, weil ich habe keinen... Ich werde nicht klein beigeben. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich stackt er sich. Digga, bring dich doch bitte einfach ganz kurz um, ne? Danke. Alter, nee. Hä? Junge, diese Hits. Gigi, thanks for hacking, Spasti. Ohne Witz. Also, ich gehe jede Wette an, dass... Diese Hits teilweise... Also, ich bin eigentlich niemand, der... Der instant sagt, jo, die geht, der hackt. Nur, weil ich sie nicht kriege. Aber diese Hits... So, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich hoffe, dass ich sie noch rechtzeitig hochladen kann. Sonst kommt heute trotzdem kein Video. Bis dahin. Ciao.